Baum auf Gleise gestürzt, Zugverkehr im Norden eingeschränkt Neumünster, wegen eines ungestürzten Baumes ist am Donnerstagnachmittag der Zugverkehr im Norden eingeschränkt. Der Baum war aus unbekannter Ursache zwischen Neumünster und Brockstedt, Schleswig-Holstein, umgefallen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Ein Zug, der mit rund 500 Fahrgästen besetzt war, musste evakuiert werden. Reisende sollen sich vor Fahrtantritt über ihre Züge informieren. Der Regionalverkehr fällt laut der Sprecherin zwischen Hamburg und Neumünster aus. Durch den ungestürzten Baum fahre zudem kein Fernverkehr. Reisende werden gebeten, mit Zügen über Lübeck auszuweichen oder mit der Nordbahn über Bad Oldesloe zu fahren. Untertitelung des ZDF, Nettoinha modernen Feindler Untertitelung des ZDF, 2020